Lektion 1 – Unterkunft und Empfehlungen Hey Anna, bist du schon einmal ins Ausland gereist und hast dir vorher deine Unterkunft besorgt lassen? Hallo John, ja, habe ich. Es ist immer eine gute Idee, im Wohaus zu planen und ihre Unterkunft im Wohaus zu buchen. Das ist wahr. Ich plane nächsten Monat eine Reise nach London. Irgendwelche Empfehlungen, wie man gute Übernachtungsmöglichkeiten findet? Nun, Sie können damit beginnen, Online-Buchungsplattformen wie Erbend oder Booking.com zu überprüfen. Sie haben eine Vielzahl von Optionen. Okay, ich werde mir die ansehen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Eine andere Möglichkeit besteht darin, Freunde oder Familienmitglieder, die schon einmal in London waren, nach Empfehlungen zu fragen. Sie kennen vielleicht einige versteckte Juwelen. Tolle Idee! Ich melde mich bei Ihnen. Was ist mit budgetfreundlichen Unterkünften? Wenn Sie nach etwas erschwinglicherem suchen, können Sie in Hostels übernachten oder nach günstigen Hotels suchen. Sie können ziemlich sparsam sein. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte das Beste aus meiner Reise machen, ohne zu viel für die Unterkunft auszugeben. Absolut. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Kosten zu finden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Bewertungen früherer Gäste lesen, bevor Sie eine Reservierung vornehmen. Guter Punkt. Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Danke für den Rat. He Anna, hast du dich jemals gefragt, warum die meisten Donuts ein Loch in der Mitte haben? Hallo John. Ja, habe ich. Es ist eigentlich ziemlich interessant. Sogar diese Löcher, die aus dem Donut gestanzt werden, können als Leckerbissen separat verkauft werden. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Also verkaufen Sie die Donutlöcher auch? Ja, das tun Sie. Sie werden oft Donut Holes oder Mundkens genannt und es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist faszinierend. Ich dachte immer, das Loch diene nur ästhetischen Zwecken. Es trägt zwar zum Aussehen des Donuts bei, aber der Hauptgrund für das Loch ist, dass der Donut gleichmäßig gegart wird. Ah, das macht Sinn. Also, wenn Sie die Mitte entfernen, gart der Donut gleichmäßiger? Exakt. Dadurch kann die Hitze von beiden Seiten in den Teig eindringen, was zu einer gleichbleibenden Textur und einem gleichbleibenden Geschmack führt. Mir war nie bewusst, dass hinter einem einfachen Donut so viele Gedanken stecken. Es ist ziemlich clever. Das ist es auf jeden Fall. Und das Beste daran ist, dass Sie den Donut selbst und die Donutlöcher getrennt genießen können. Das ist eine Win-Win-Situation. Sie können den ganzen Donut und auch die leckeren Donutlöcher genießen. Absolut. Es ist ein köstlicher Leckerbissen, der verschiedene Heißhungerattacken stillt. Außerdem sind die Donutlöcher oft mundgerecht und eignen sich daher perfekt zum Teilen. Ich muss das nächste Mal ein paar Donutlöcher probieren, wenn ich das nächste Mal eine Bäckerei besuche. Danke, dass du diesen interessanten Leckerbissen geteilt hast. He Anna, warst du schon einmal in einem örtlichen Museum? Hallo John, ja, habe ich. Sie haben in Bezug auf Kunst, Geschichte und Kultur viel zu bieten. Das klingt faszinierend. Welches Museum würdest du empfehlen zu besuchen? Nun, das hängt von deinen Interessen ab. Wenn sie Kunst mögen, gibt es in der Innenstadt ein großartiges Museum für zeitgenössische Kunst. Ich schätze Kunst. Was ist mit der Geschichte? Gibt es Museen, die sich darauf konzentrieren? Unbedingt. Es gibt ein Heimatmuseum, das die reiche Geschichte und das Erbe der Region zeigt. Das ist fantastisch. Es macht mir Spaß, etwas über die Vergangenheit zu lernen und wie sie die Gegenwart geprägt hat. Es ist ein großartiger Ort, um Einblicke in die lokale Gemeinschaft zu erhalten und ihre Wurzeln zu verstehen. Das füge ich definitiv zu meiner Liste hinzu. Sind diese Museen das ganze Jahr über geöffnet? Ja, die meisten von ihnen sind das ganze Jahr über geöffnet, obwohl sie möglicherweise bestimmte Öffnungszeiten oder Tage haben. Gut zu wissen. Ich werde ihre Zeitpläne überprüfen, bevor ich meinen Besuch plane. Das ist eine kluge Idee. Es wäre enttäuschend, anzukommen und herauszufinden, dass sie geschlossen sind. Absolut. Ich möchte das Beste aus meiner Zeit machen und diese Museen gründlich erkunden. Nehmen Sie sich Zeit, lesen Sie die Beschreibungen und tauchen Sie ein in die Ausstellungen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Wissen zu erweitern. Ich freue mich darauf. Danke für die Empfehlungen. Lektion 4 Krankenhausbehandlung Hey Anna, glaubst du, dass alle Krankheiten im Krankenhaus behandelt werden müssen? Hallo John, nicht alle Krankheiten müssen im Krankenhaus behandelt werden. Viele können medikamentös oder ambulant behandelt werden. Das ist gut zu wissen. Ich dachte immer, jede Krankheit müsste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Krankenhäuser sind für die Behandlung schwerer und komplexer Fälle ausgestattet. Bei kleineren Beschwerden reicht jedoch häufig der Besuch einer Arztpraxis oder Klinik aus. Ich verstehe. Also, wie entscheiden Menschen, ob sie ins Krankenhaus gehen oder eine andere Behandlungsform in Anspruch nehmen? Dies hängt von der Schwere der Symptome und der Empfehlung eines Arztes ab. Sie beurteilen die Situation und legen die beste Vorgehensweise fest. Das macht Sinn. Es ist wichtig, Ihrem Fachwissen zu vertrauen und Ihren Anweisungen zu folgen. Absolut. Sie verfügen über das Wissen und die Erfahrung, um fundierte Entscheidungen über das angemessene Pflegeniveau zu treffen. Was ist mit chronischen Erkrankungen, die eine kontinuierliche Behandlung erfordern? Sind Krankenhäuser die einzige Option? Nicht unbedingt. Viele chronische Erkrankungen können durch regelmäßige Besuche in Fachkliniken oder durch Rücksprache mit Hausärzten behandelt werden. Das ist beruhigend. Es muss für Patienten bequemer sein, andere Optionen als Krankenhausbesuche zu haben. Es bietet definitiv mehr Flexibilität und Komfort, insbesondere für die langfristige Behandlung von Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck. Ich freue mich, das zu hören. Krankenhausbesuche können manchmal einschüchternd und überwältigend sein. Sie können es sein, aber Krankenhäuser spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung schwerer Krankheiten und Notfälle. Es ist wichtig, sie bei Bedarf als Ressource zur Verfügung zu haben. Absolut. Krankenhäuser sind unverzichtbar, um spezialisierte Versorgung zu bieten und Leben zu retten. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wann eine Krankenhausbehandlung notwendig ist und wann andere Behandlungsformen besser geeignet sind. Ich freue mich über die Klarstellung. Es ist wichtig, die Gesundheitsoptionen aus einer ausgewogenen Perspektive zu betrachten. Denken Sie daran, sich immer an medizinisches Fachpersonal zu wenden, um eine persönliche Beratung zu Ihrer eigenen Gesundheit zu erhalten. Kluge Worte. Danke für die wertvollen Einblicke. Lektion 5 – Kultureller Austausch Hallo Anna, ich habe über die reiche Geschichte Polens gelesen. Könnte es auf polnischem Boden eine ständige Bestätigung dafür geben? Hallo John, absolut. Polen hat ein vielfältiges kulturelles Erbe, das mit Stolz gefeiert und bewahrt wird. Es zeigt sich in der Architektur, den Traditionen und sogar in der Kunst. Das ist faszinierend. Ich interessiere mich besonders für traditionelle polnische Musik. Gibt es ein bestimmtes Instrument, das auffällt? Ja, das Akkordeon nimmt in der polnischen Volksmusik einen besonderen Platz ein. Seine lebendigen und melodischen Töne verleihen den traditionellen Liedern einen einzigartigen Charme. Ich würde gerne polnische Volksmusik hören. Gibt es lokale Veranstaltungen oder Festivals, bei denen ich sie erleben kann? Definitiv. In verschiedenen Regionen Polens finden jährlich Volksfeste statt. Sie zeigen traditionelle Musik, Tanz- und Kunsthandwerk. Das klingt nach einer fantastischen Gelegenheit, in die lokale Kultur einzutauchen. Gibt es in Polen noch andere traditionelle Kunstformen? Unbedingt. Die polnische Volkskunst ist bekannt für ihre komplizierten Muster und lebendigen Farben. Die Kunst des Scherenschneidens, bekannt als Weißenanki, ist besonders beliebt. Ich habe einige Beispiele von Weißenanki gesehen, und sie sind wirklich beeindruckend. Es ist erstaunlich, wie Künstler so komplizierte Designs nur mit Papier erstellen. Es ist eine Fähigkeit, die über Generationen weitergegeben wurde, und jede Region hat ihren eigenen Stil. Es lohnt sich auf jeden Fall, es zu erkunden. Ich werde auf jeden Fall einige lokale Märkte oder Kunsthandwerksläden besuchen, um zu sehen, ob ich irgendwelche Weißenanki-Stücke finde. Es wäre ein einzigartiges Souvenir. Das ist eine tolle Idee. Hier finden Sie eine große Auswahl an handgefertigten Handarbeiten, die das reiche künstlerische Erbe Polens präsentieren. Ich freue mich sehr über diesen kulturellen Austausch. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Traditionen eines anderen Landes kennenzulernen und zu schätzen. Absolut! Kultureller Austausch erweitert unseren Horizont und fördert das Verständnis und die Wertschätzung für verschiedene Kulturen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ich kann es kaum erwarten, den kulturellen Reichtum Polens zu erkunden und zu erleben. Lektion 6 Reisetipps Hallo Anna, ich plane eine Reise in ein fremdes Land. Hast du irgendwelche Reisetipps? Hallo John, sicherlich. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Wo willst du hingehen? Ich denke darüber nach, Italien zu besuchen. Ich habe gehört, dass es ein wunderschönes Land ist, in dem es viel zu sehen gibt. Das ist eine gute Wahl. Italien hat eine erstaunliche Architektur, köstliches Essen und eine reiche Geschichte. Haben Sie über die Sprachbarriere nachgedacht? Ja, darüber mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich spreche kein Italienisch. Wird es schwierig sein zu kommunizieren? Obwohl viele Italiener Englisch sprechen, ist es immer hilfreich, ein paar grundlegende Sätze in der Landessprache zu lernen. Es zeigt Respekt und kann Interaktionen reibungsloser gestalten. Das ist ein gutes Argument. Ich werde sicherstellen, dass ich einige wichtige Sätze wie Hallo, Danke und Wo ist die Toilette lerne. Hervorragend. Das wird sich auf jeden Fall als nützlich erweisen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, sich der örtlichen Gepflogenheiten und Etikette bewusst zu sein. Ich möchte niemanden unbeabsichtigt beleidigen. Gibt es bestimmte Bräuche, die ich in Italien beachten sollte? Italiener legen Wert auf persönlichen Freiraum und begrüßen sich oft mit einem Handschlag oder einem Kuss auf die Wange. Es ist auch üblich, sich ordentlich zu kleiden, besonders wenn sie religiöse Städten besuchen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Angemessen zu kleiden und den persönlichen Freiraum zu respektieren, sind wichtige Aspekte kultureller Sensibilität. Absolut. Es ist immer gut, die lokalen Gepflogenheiten zu berücksichtigen und sich entsprechend anzupassen. Ein weiterer Tipp ist, vorsichtig mit Ihren Sachen umzugehen. Sicherheit hat definitiv Priorität. Gibt es bestimmte Orte oder Situationen, in denen ich vorsichtiger sein sollte? Touristische Gebiete und öffentliche Verkehrsmittel können Hauptziele für Taschenliebe sein. Bewahren Sie Ihre Wertsachen sicher auf und seien Sie an überfüllten Orten wachsam. Ich werde dafür sorgen, dass meine Sachen in der Nähe sind und vorsichtig sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, die lokale Küche zu probieren. Italien ist berühmt für seine Pizza, Pasta und sein Eis. Ich freue mich sehr darauf, italienisches Essen zu genießen. Es ist einer der Höhepunkte meiner Reise. Genieße jeden Bissen. Essen ist eine wunderbare Art, die Kultur eines Landes zu erleben. Vielen Dank für all diese wertvollen Tipps. Ich fühle mich besser vorbereitet und freue mich auf mein bevorstehendes Abenteuer. Lektion 7 Schaufensterbummel Hallo Anna, hast du die neue Luxus-Boutique gesehen, die in der Innenstadt eröffnet wurde? Ich kann es mir nicht leisten. Es ist zu teuer. Hey John, ja, ich habe davon gehört. Auch wenn wir nichts kaufen können, schauen wir uns das mal an. Oh, schau da drüben. Wow, diese Handtasche ist absolut umwerfend. Ich wette, es wird dir gefallen. Es ist wunderschön. Die Handwerkskunst ist bemerkenswert. Aber du hast recht, es übersteigt mein Budget bei weitem. Bewundern wir es einfach aus der Ferne. Oh, sie sind so wunderschön. Ich liebe das Design und die Liebe zum Detail. Aber leider sind sie ein bisschen zu teuer für mich. Ich weiß, was du meinst. Luxusartikel können ziemlich teuer sein. Es ist jedoch immer noch schön, die Kunst und Kreativität zu schätzen, die dahinter stehen. Du hast recht. Es ist inspirierend zu sehen, wie Mode eine Form der Selbstdarstellung sein kann. Oh, sieh dir diese exquisite Heizkette an. Diese Halskette ist wirklich ein Kunstwerk. Das komplizierte Design und die funkelnden Edelsteine machen es zu einem auffälligen Stück. Es wäre definitiv eine atemberaubende Ergänzung zu jedem Outfit. Aber leider liegt es außerhalb meiner Preisklasse. Lass uns unser Schaufensterbummel-Abenteuer fortsetzen. Das tut es in der Tat. Die Schneiderei und der Stoff scheinen von höchster Qualität zu sein. Es würde jede Person unglaublich elegant aussehen lassen. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie Kleidung das eigene Selbstvertrauen stärken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Oh, und sieh dir diese eleganten Uhren an. Diese Uhren sind eine perfekte Mischung aus Raffinesse und Funktionalität. Sie sind definitiv ein Symbol für Luxus und Präzision. In der Tat. Jede Uhr erzählt eine Geschichte von Handwerkskunst und Feinmechanik. Es ist faszinierend, die komplizierten Mechanismen zu sehen. Du hast absolut recht. Beim Schaufensterbummel können wir die Ästhetik genießen und von den Möglichkeiten träumen. Es war ein herrliches Erlebnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen die Welt des Luxus und des Designs zu erkunden. Lass uns unser Abenteuer fortsetzen. Auf jeden Fall. Die Welt der Mode und des Luxus überrascht immer wieder. Mal sehen, was uns sonst noch auffällt, wenn wir unseren Schaufensterbummel fortsetzen. Lektion 8. Kunst entdecken Hey Anna! Ich habe kürzlich ein neues Interesse an Kunst entdeckt. Ich mag auch Kunst. Ich kann ziemlich gut zeichnen und malen. Hallo John, das ist wunderbar zu hören. Kunst ist eine so schöne Ausdrucksform. Hast du einen Lieblingskünstler oder Kunststil? Ich fühle mich zu impressionistischen Gemälden hingezogen. Die Art und Weise, wie sie Licht einfangen und Emotionen hervorrufen, fasziniert mich. Wie steht's mit dir? Ich schätze verschiedene Kunststile, aber ich mag den Surrealismus besonders. Die traumhafte und fantasievolle Qualität surrealistischer Kunstwerke zieht mich immer wieder in ihren Bann. Der Surrealismus ist wirklich faszinierend. Es ermöglicht uns, die Tiefen unserer Vorstellungskraft zu erkunden und die Realität herauszufordern. Hast du jemals versucht, surrealistische Kunst zu schaffen? Ja, ich habe in meinen Bildern mit surrealistischen Elementen experimentiert. Es ist eine Möglichkeit, die Grenzen der traditionellen Kunst zu überschreiten und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Das klingt unglaublich. Ich würde gerne eines Tages einige deiner Kunstwerke sehen. Apropos, hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der mit Zeichnen und Malen anfängt? Unbedingt! Übung ist der Schlüssel. Beginne mit einfachen Skizzen und arbeite die schrittweise zu komplexeren Themen vor. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das ist ein guter Rat. Ich glaube, Übung macht den Meister in jedem kreativen Unterfangen. Gibt es bestimmte Techniken oder Medien, die du empfiehlst? Es hängt von Ihren Vorlieben ab, aber ich schlage vor, mit verschiedenen Medien wie Stiften, Kohle, Wasserfarben oder Acryl zu experimentieren. Jedes Medium bietet einzigartige Möglichkeiten. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Es ist aufregend, verschiedene Medien zu erkunden und zu sehen, wie sie meinen künstlerischen Ausdruck verbessern können. Haben Sie irgendwelche Lieblingskunstgalerien oder Museen? Es gibt so viele wundervolle Kunstinstitutionen auf der ganzen Welt, aber eines meiner Favoriten ist das Louvre-Museum in Carice. Die Sammlung dort ist wirklich außergewöhnlich. Der Louvre ist in der Tat legendär. Ich hoffe, ihn eines Tages zu besuchen und ikonische Meisterwerke wie die Mona Lisa zu bewundern. Gibt es weniger bekannte Künstler, die du bewunderst? Absolut. Es gibt viele talentierte Künstler, die Anerkennung verdienen. Eine Künstlerin, die ich bewundere, ist Frida Kahlo. Ihre Selbstporträts sind zutiefst introspektiv und kraftvoll. Frida Kahlos Kunst ist wirklich bemerkenswert. Ihre Fähigkeit, durch ihre Selbstporträts Emotionen zu vermitteln, ist inspirierend. Ich werde auf jeden Fall mehr von ihrer Arbeit entdecken. Das ist wunderbar. Kunst hat die Möglichkeit, unsere Seele zu berühren und uns auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Ich freue mich, dass du dich auf diese kreative Reise einlässt. Ich danke dir. Es war mir eine Freude, mit dir über Kunst zu diskutieren. Ich freue mich darauf, die Welt der Kunst weiter zu erkunden und unsere künstlerischen Erfahrungen zu teilen. Lektion 9 Reisedilemma Hallo Anna, hast du Fortschritte bei der Entscheidung für dein nächstes Reiseziel gemacht? Denken Sie daran, dass ich zwischen Polen und Ungarn hin- und hergerissen bin. Hey John, ich verstehe dein Dilemma vollkommen. Sowohl Polen als auch Ungarn bieten reiche kulturelle Erlebnisse und atemberaubende Attraktionen. Welche Faktoren ziehen Sie in Betracht? Nun, ich fühle mich wegen seiner historischen Städten wie Krakau und Warschau nach Polen gezogen. Die Architektur und die Museen dort sind faszinierend. Aber auch Ungarn hat mit Budapest und den Thermalbädern seinen Reiz. Absolut. Polens Geschichte ist faszinierend, und die Gelegenheit, seine mittelalterlichen Burgen zu erkunden und mehr über seine Vergangenheit zu erfahren, ist verlockend. Auf der anderen Seite machen Budapests Pracht und die einzigartige Mischung der Kulturen es zu einem faszinierenden Reiseziel. Ich stimme zu. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich berücksichtige auch die lokale Küche. Polnische Pierogi und ungarisches Gulasch klingen beide köstlich. Bei dir läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Die polnische Küche ist bekannt für ihre herzhaften Gerichte, während die ungarische Küche eine köstliche Geschmackskombination bietet. Haben Sie über die natürliche Schönheit beider Länder nachgedacht? Das ist ein gutes Argument. Polens malerische Landschaften, wie das Tatra-Gebirge und die atemberaubenden Seen, rufen mich an. Aber die ungarische Donau und die bezaubernde ungarische Landschaft sind ebenso verlockend. Beide klingen nach fantastischen Optionen für Naturliebhaber. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Erschwinglichkeit und Erreichbarkeit der einzelnen Reiseziele. Hast du dir das angeschaut? Ja. Polen bietet im Allgemeinen budgetfreundlichere Optionen für Unterkunft und Verpflegung. Ungarn verfügt jedoch über eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur und ist von verschiedenen Teilen Europas aus leicht zu erreichen. Das sollten Sie im Hinterkopf behalten. Es ist immer hilfreich, bei der Planung einer Reise die Logistik und das Budget zu berücksichtigen. Haben Sie Freunde oder Bekannte, die eines der beiden Länder besucht haben? Ja, ein Freund von mir ist kürzlich nach Polen gereist und hatte eine unglaubliche Zeit, die Städte zu erkunden und mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Ich habe allerdings nicht viel aus erster Hand über Ungarn gehört. Du hast recht. Wenn ich Erfahrungen aus erster Hand höre, kann ich besser einschätzen, was mich erwartet. Ich werde mich an meinen Freund wenden und weitere Nachforschungen anstellen. Letztlich bin ich mir sicher, dass beide Länder tolle Erlebnisse bieten würden. Absolut. Egal, ob Sie sich für Polen oder Ungarn entscheiden, ich bin mir sicher, dass Sie eine unvergessliche Reise voller einzigartiger kultureller Begegnungen und atemberaubender Sehenswürdigkeiten erleben werden. Ich danke dir. Ihre Erkenntnisse waren hilfreich. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe. Es ist ein aufregendes Dilemma. Lektion 10 – Die knackige Debatte Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, dass es Kartoffelchips in so vielen verschiedenen Sorten gibt? Sie können dick oder dünn, geriffelt oder flach, würzig oder fad sein. Hey John, du hast absolut recht. Die Welt der Kartoffelchips ist sehr vielfältig. Persönlich genieße ich die knusprige Textur und die Aromen, die sie bieten. Was ist dein Lieblingstyp? Nun, ich bin hin- und hergerissen zwischen dickgeschnittenen und den klassischen dünnen Chips. Dickgeschnittene Chips haben einen befriedigenden Crunch, während die dünnen Chips leichter und knuspriger sind. Wie steht's mit dir? Ich tendiere zu geriffelten Chips. Die Garte sorgen für eine zusätzliche Texturschicht und machen jeden Bissen angenehmer. Außerdem eignen sie sich perfekt zum Eintauchen in Salsa oder andere herzhafte Aufstriche. Regge Chips haben ihren Reiz. Sie passen gut zu Dips und Sausen und sorgen für maximalen Geschmack. Apropos Geschmack, bevorzugen sie würzige oder mildere Chips. Ich mag ein bisschen Würze, daher tendiere ich eher zu den würzigeren Sorten. Die zusätzliche Hitze verleiht dem Nascherlebnis einen aufregenden Kick. Wie steht's mit dir? Ich neige eher zu den milderen Optionen. Ich schätze subtile Aromen, die den natürlichen Geschmack der Kartoffel durchscheinen lassen. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Das ist ein berechtigtes Argument. Manchmal kann Einfachheit genauso befriedigend sein. Haben Sie jemals einzigartige oder ungewöhnliche Kartoffelchip-Aromen probiert? Ja, ich bin auf einige interessante Geschmacksrichtungen wie Barbecue, Sauerrahm und Zwiebel und sogar Dillgurke gestoßen. Es ist faszinierend, wie kreativ Chip-Hersteller werden können. Es macht Spaß, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und unerwartete Kombinationen zu entdecken. Einmal habe ich Salz- und Essigchips probiert und der würzige Geschmack hat mich überrascht. Salz- und Essigchips sind definitiv ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die Würze kann ziemlich erfrischend sein. Gibt es neben Kartoffelchips noch andere Snacks, die Sie genießen? Oh, auf jeden Fall. Ich bin ein Fan von Popcorn, besonders wenn es mit Karamell oder Käse gewürzt ist. Es ist eine leichtere Alternative zu Chips und bietet trotzdem einen sättigenden Crunch. Popcorn ist eine klassische Wahl. Ich genieße die Vielfalt, die es mit süßen und herzhaften Optionen bietet. Es ist ein großartiger Snack für Filmabende. Haben Sie Tipps für die Herstellung von hausgemachten Kartoffelchips? Absolut. Ein Tipp ist, die Kartoffeln so dünn wie möglich zu schneiden, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen. Es ist auch wichtig, die Chips gleichmäßig zu würzen, bevor Sie sie backen oder braten. Danke für die Tipps. Ich werde diese im Hinterkopf behalten, wenn ich beschließe, meine eigenen Chips herzustellen. Es klingt nach einem lustigen und köstlichen Experiment. Du bist willkommen. Hausgemachte Chips können ein leckerer und sättigender Genuss sein. Genießen Sie den Prozess und vergessen Sie nicht, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Gewürzen zu experimentieren. Das werde ich auf jeden Fall. Danke für das unterhaltsame Gespräch über Kartoffelchips. Jetzt sehne ich mich nach einer Tüte Chips zum Naschen. Haha, ich kann das Verlangen verstehen. Schnapp dir eine Tasche und genieße es. Es war mir eine Freude, dieses knackige Thema mit Ihnen zu besprechen. Viel Spaß beim Naschen. Ich danke dir. Ich wünsche dir auch viel Spaß beim Naschen. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie Ihren Tag. Lektion 11 Erforschung kultureller Veränderungen Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit über kulturelle Veränderungen gelesen. Es scheint, als ob eine Stimmung der Rebellion gegen traditionelle Normen herrschte. Hallo. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Menschen neigen heutzutage eher dazu, etablierte Sitten und Überzeugungen infrage zu stellen. Unbedingt. Die Zahl der Menschen, die sich alternativen Lebensstilen verschrieben haben, hat zugenommen, finden Sie nicht? Definitiv. Untraditionelle Lebensweisen haben an Popularität gewonnen und ermöglichen es den Menschen, ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie die Gesellschaft unterschiedliche Identitäten und Entscheidungen zunehmend akzeptiert. Ja, und mit dieser Akzeptanz werden Individualität und persönliche Freiheit immer mehr gefeiert. Das ist wahr. Die Menschen werden jetzt ermutigt, ihren Leidenschaften nachzugehen und ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist erfrischend zu sehen, wie sich gesellschaftliche Normen entwickeln und es Einzelpersonen ermöglichen, sich von gesellschaftlichen Erwartungen zu lösen. Das ist es gewiss. Dieser kulturelle Wandel hat für viele ein Gefühl der Ermächtigung und Befreiung hervorgerufen. Unbedingt. Es ist ermutigend, die Transformation und das Wachstum in unserer Gesellschaft mitzuerleben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Dieser Wandel hat allen neue Möglichkeiten eröffnet, die es zu entdecken und zu nutzen gilt. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass wir diese Veränderungen annehmen und uns an die sich entwickelnde Kulturlandschaft antassen. Du hast recht. Indem wir diese Veränderungen verstehen und wertschätzen, können wir eine integrativere und fortschrittlichere Gesellschaft fördern. Unbedingt. Es ist eine aufregende Zeit, Teil dieser sich ständig verändernden Welt zu sein. Das ist es wirklich. Lassen Sie uns weiter lernen und gemeinsam wachsen und uns die Schönheit der kulturellen Vielfalt zu eigen machen. Ich bin ganz dafür. Lasst uns den Reichtum der verschiedenen Perspektiven weiter erforschen und feiern. Einverstanden. Auf eine Zukunft voller endloser Möglichkeiten und eines tieferen gegenseitigen Verständnisses. Lektion 12. Erkundung der geschäftlichen Zusammenarbeit Hallo Anna. Ich habe über eine faszinierende Idee nachgedacht. Was ist, wenn wir bei einem Unternehmen zusammenarbeiten? Hallo. Das ist eine verlockende Idee. Ich bin neugierig. Wie würden die Einnahmen zwischen uns aufgeteilt werden? Nun, wir könnten eine faire Verteilung auf der Grundlage unserer jeweiligen Beiträge und Verantwortlichkeiten in Betracht ziehen. Das klingt vernünftig. Es ist wichtig, klare Richtlinien für die Umsatzbeteiligung festzulegen, um Missverständnisse zu vermeiden. Absolut. Transparenz und offene Kommunikation werden für eine harmonische Partnerschaft von entscheidender Bedeutung sein. Einverstanden. Wir sollten auch die spezifischen Rollen und Aufgaben festlegen, für die jeder von uns verantwortlich sein wird. Auf jeden Fall. Indem wir unsere Fachgebiete definieren, können wir unsere Stärken nutzen und effizient zusammenarbeiten. Das macht Sinn. Effektive Zusammenarbeit hängt davon ab, dass wir unsere individuellen Fähigkeiten einsetzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Genau. Wir sollten auch die potenziellen Risiken und Herausforderungen berücksichtigen, die sich dabei ergeben können. Ja, wenn wir auf Hindernisse vorbereitet sind, können wir Schwierigkeiten überwinden und gemeinsam Lösungen finden. Absolut. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit werden für die Überwindung unvorhergesehener Umstände von entscheidender Bedeutung sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir sollten bereit sein, unsere Strategien nach Bedarf anzupassen, um den Erfolg sicherzustellen. Einverstanden. Es ist wichtig, diese Zusammenarbeit mit einer Wachstumsmentalität und Lernbereitschaft anzugehen. Auf jeden Fall. Kontinuierliches Lernen und Verbessern werden zur langfristigen Nachhaltigkeit unseres Unternehmens beitragen. Das ist wahr. Wir sollten auch ein System für regelmäßige Kommunikation und Fortschrittsberichte einrichten. Ja, wenn Sie sich gegenseitig auf dem Laufenden halten und aufeinander abgestimmt sind, entsteht ein Gefühl von Vertrauen und Rechenschaftspflicht. Absolut. Regelmäßige Check-ins ermöglichen es uns, Erfolge zu feiern und alle Bedenken umgehend auszuräumen. Einverstanden. Es ist wichtig, während unserer gesamten Zusammenarbeit eine positive und konstruktive Arbeitsbeziehung aufrechtzuerhalten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gegenseitiger Respekt und Unterstützung werden die Grundlage unserer Partnerschaft sein. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns dieses Geschäftsvorhaben gemeinsam angehen und die Chancen und Herausforderungen nutzen, die sich uns bieten. Absolut. Ich freue mich über die Möglichkeiten, die vor mir liegen. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Lektion 13. Rechtzeitige Weckrufe sicherstellen Hallo Anna. Ich gehe nächste Woche auf Geschäftsreise. Könnten Sie mir helfen, sicherzustellen, dass ich rechtzeitig einen Weckruf erhalte? Hallo. Natürlich, mach dir keine Sorgen. Ich sorge dafür, dass du pünktlich wach und bereit für deinen Tag bist. Das ist eine Erleichterung. Ich habe morgen früh ein wichtiges Meeting und ich will nicht verschlafen. Ich verstehe. Ich stelle mehrere Alarme für Sie ein, um sicherzustellen, dass Sie sofort aufwachen. Danke. Es ist immer hilfreich, jemanden zu haben, auf den man sich bei Weckrufen verlassen kann. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Gibt es eine bestimmte Zeit, zu der ich dich wecken soll? Ja, ich muss um 7 Uhr aufstehen, um genug Zeit für die Vorbereitung des Treffens zu haben. Vermerkt. Ich stelle den ersten Wecker auf 6 Uhr und 45 Minuten ein, um Sie sanft daran zu erinnern. Das klingt perfekt. Das gibt mir ein paar zusätzliche Minuten, um den Tag zu entspannen. Großartig. Ich stelle einen weiteren Alarm für 6 Uhr und 50 Minuten ein, nur für den Fall, dass Sie einen zusätzlichen Schubs benötigen. Das ist nett von dir. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, wenn es darum geht, pünktlich aufzustehen. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass Sie einen reibungslosen Start in Ihren Tag haben, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich keine wichtigen Termine verpassen werde. Es ist mir eine Freude, Ihnen weiterzuhelfen. Ich sorge dafür, dass die Alarme eingestellt und einsatzbereit sind. Ich danke dir. Ihre Unterstützung wird einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg meiner Reise leisten. Du bist willkommen. Ich bin hier, um zu helfen. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihre Vorbereitungen und ich kümmere mich um die Weckrufe. Ich könnte mir keinen besseren Partner wünschen. Ihre Zuverlässigkeit und Unterstützung werden sehr geschätzt. Ich freue mich, dass ich helfen kann. Denken Sie daran, Sie können sich jederzeit auf mich verlassen, wenn Sie einen rechtzeitigen Weckruf benötigen. Das zu wissen ist beruhigend. Ich bin dankbar, dich als vertrauenswürdigen Freund und Verbündeten zu haben. Ebenso. Gemeinsam sorgen wir für eine reibungslose und erfolgreiche Reise. Nochmals vielen Dank. Ich bin zuversichtlich, dass mit Ihrer Unterstützung alles reibungslos verlaufen wird. Lektion 14 – Sich ändernde Perspektiven annehmen Hallo Anna. Haben Sie bemerkt, dass es zumindest in einigen Teilen der Welt Anzeichen für einen Sinneswandel gibt? Hallo. Ja, es ist ziemlich faszinierend, Veränderungen in Perspektiven und Einstellungen zu beobachten. Es ist erfrischend zu sehen, wie die Menschen aufgeschlossener und empfänglicher für neue Ideen werden. Absolut. Es deutet auf eine wachsende Bereitschaft hin, verschiedene Möglichkeiten zu erkunden und traditionelle Überzeugungen infrage zu stellen. Das ist wahr. Wir sollten jedoch vorsichtig optimistisch sein und diese Veränderungen mit Unterscheidungsvermögen angehen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die Beweggründe hinter den wechselnden Perspektiven kritisch zu bewerten. Genau. Wir müssen sicherstellen, dass die Veränderungen auf echten Fortschritten beruhen und nicht nur auf vorübergehenden Trends. Absolut. Nachhaltiger Wandel erfordert ein tiefes Verständnis und die Verpflichtung zu langfristigem Wachstum. Gut gesagt. Während dieses Übergangs ist es wichtig, sinnvolle Gespräche zu führen und Empathie zu fördern. Auf jeden Fall. Indem wir aktiv zuhören und unterschiedliche Sichtweisen respektieren, können wir einen gesunden Dialog fördern. Das ist entscheidend. Wir sollten konstruktive Diskussionen fördern, die Vorurteile herausfordern und Inklusivität fördern. Einverstanden. Die Akzeptanz der Gedankenvielfalt wird zu innovativen Lösungen und einer harmonischeren Gesellschaft führen. Absolut. Wir sollten uns auch des potenziellen Widerstands bewusst sein, der mit Veränderungen einhergeht. Ja, Veränderungen können mit Skepsis begegnet werden. Geduld und Beharrlichkeit helfen, Widerstände zu überwinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein schrittweiser Prozess, der Pflege und Bildung erfordert. In der Tat. Durch die Bereitstellung von Informationen und die Förderung des Verständnisses können wir eine positive Transformation ermöglichen. Das ist das Ziel. Wir wollen, dass der Sinneswandel nachhaltig und für alle Beteiligten von Vorteil ist. Absolut. Es geht darum, eine bessere Zukunft zu schaffen und einen positiven Einfluss auf kommende Generationen zu hinterlassen. Gut gesagt. Seien wir weiterhin offen für Veränderungen und tragen wir aktiv zu einer inklusiveren Welt bei. Ich bin bei dir. Gemeinsam können wir etwas bewirken, indem wir uns neue Perspektiven zunutze machen und die Einheit fördern. Ich danke dir. Ihre Erkenntnisse und ihr gemeinsames Engagement für den Fortschritt sind wirklich inspirierend. Ebenso. Unsere kollektiven Bemühungen werden zu einer helleren und mitfühlenderen Welt beitragen. Lassen Sie uns weiter lernen, wachsen und uns anpassen, während wir uns in der sich ständig verändernden Ideen- und Wertelandschaft zurechtfinden. Absolut. Es geht darum, Veränderungen anzunehmen und auf eine bessere Zukunft für alle hinzuarbeiten. Prost darauf! Begeben wir uns mit Hoffnung und Entschlossenheit auf diese Reise der Transformation. Lektion 15 Gemeinsamkeiten entdecken Hallo Anna! Sie werden schnell feststellen, dass Sie etwas mit dieser Person gemeinsam haben, wenn ich anfange, mit einer neuen Person zu sprechen. Hallo! Das ist eine interessante Beobachtung. Es ist oft überraschend, wie aus einem einfachen Gespräch gemeinsame Interessen entstehen können. Absolut. Es ist, als würde man versteckte Verbindungen aufdecken, die Menschen näher zusammenbringen. Es ist faszinierend, wie ein ungezwungener Chat gemeinsame Erlebnisse oder ähnliche Leidenschaften zum Vorschein bringen kann. In der Tat. Es erinnert uns daran, dass wir trotz unserer Unterschiede oft Gemeinsamkeiten mit anderen haben. Das ist das Schöne an menschlicher Interaktion. Wir entdecken unsere gemeinsame Menschlichkeit durch bedeutungsvolle Gespräche. Exakt! Es ist eine Möglichkeit, Lücken zu überbrücken und Verständnis zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund aufzubauen. Ich hatte unzählige Gespräche, in denen unerwartete Gemeinsamkeiten zutage traten, wodurch sofort Verbindungen hergestellt wurden. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn du merkst, dass du mit deinen Gedanken oder Erfahrungen nicht allein bist. Das ist es wirklich! Diese Momente der Verbundenheit können zu dauerhaften Freundschaften und Kooperationen führen. Absolut! Es ist eine Erinnerung daran, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind, egal wie unterschiedlich wir auf den ersten Blick erscheinen mögen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es überwindet Barrieren und fördert ein Gefühl von Einheit und Empathie. Deshalb ist es wichtig, Gespräche mit Offenheit und echter Neugier anzugehen. Auf jeden Fall! Indem wir anderen aktiv zuhören und uns mit ihnen austauschen, schaffen wir Möglichkeiten, gemeinsame Erfahrungen zu machen. Es erinnert uns daran, über die Unterschiede auf oberflächlicher Ebene hinauszuschauen und Gemeinsamkeiten zu finden, die uns verbinden. Absolut! Wir können so viel voneinander lernen, wenn wir unsere gemeinsame Menschlichkeit annehmen. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass wir trotz unserer individuellen Reisen alle Teil eines größeren Wandteppichs der menschlichen Existenz sind. Gut gesagt! Lassen Sie uns weiterhin Gespräche führen, die uns näher bringen, und feiern wir unsere gemeinsamen Verbindungen. Ich bin bei dir! Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu entdecken und sinnvolle Beziehungen zu pflegen. Prost darauf! Mögen unsere Gespräche auch weiterhin zu Verständnis und Einigkeit führen. Prost! Lassen Sie uns die Kraft des Dialogs nutzen und Brücken bauen, die unsere Unterschiede überwinden. Absolut! Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Verbindungen und gemeinsame Erfahrungen gedeihen. Ich danke dir! Ihre Erkenntnisse und Ihre gemeinsame Begeisterung für menschliche Verbindungen sind wirklich inspirierend. Ebenso! Lassen Sie uns weiter die Gemeinsamkeiten erkunden, die uns verbinden, und feiern wir unsere gemeinsame Menschlichkeit. Einverstanden! Auf weitere unvergessliche Gespräche und die Entdeckung wunderschöner Verbindungen auf dem Weg dorthin. Lektion 16 – Chats in der Kaffeepause Hallo Anna! Leute, gibt es einen separaten Bereich für Kaffeepausen? Hallo! Ja, die meisten Orte haben einen ausgewiesenen Bereich, in dem die Leute ihre Kaffeepausen genießen können. Das ist großartig! Es ist schön, einen eigenen Raum zu haben, in dem Sie sich während des Arbeitstages entspannen und neue Energie tanken können. Absolut! Kaffeepausen bieten eine wertvolle Gelegenheit, eine mentale Pause einzulegen und Kontakte zu knüpfen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine Gelegenheit, mit Kollegen in Kontakt zu treten und informelle Gespräche zu führen. Auf jeden Fall! Es hilft, ein Gefühl der Kameradschaft zu fördern und stärkere Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Es ist faszinierend, wie Kaffeepausen oft zu spontanen Diskussionen zu verschiedenen Themen führen. Ja, diese ungezwungenen Chats können von beruflichen Angelegenheiten bis hin zu persönlichen Interessen und Hobbys reichen. Es ist eine erfrischende Abwechslung zu den Formalitäten des Arbeitsumfelds. Exakt! Es ist eine entspanntere Umgebung, in der sich die Menschen freier ausdrücken können. Und es geht nicht nur um den Kaffee. Es geht um die soziale Interaktion und die menschliche Verbindung. Absolut! Kaffeepausen bieten eine Pause von der Routine und ermöglichen Momente der Verbundenheit. Das ist wahr! Es ist eine Gelegenheit, aus verschiedenen Perspektiven zu lernen und Wissen auszutauschen. Das ist wahr! Man weiß nie, was man in einer Kaffeepause entdeckt oder wen man trifft. Und es ist nicht nur auf Kollegen beschränkt. Manchmal trifft man auch Leute aus anderen Abteilungen. Das ist das Schöne daran. Kaffeepausen können abteilungsübergreifende Verbindungen und die Zusammenarbeit erleichtern. Es erinnert daran, dass es auch mitten in der Arbeit Raum für Geselligkeit und den Aufbau von Beziehungen gibt. Also, wenn Sie das nächste Mal in einer Kaffeepause sind, nutzen Sie die Gelegenheit, um ein Gespräch zu beginnen. Sie wissen nie, auf welche interessanten Geschichten oder Erkenntnisse Sie stoßen könnten. Und vergessen Sie nicht, auch Ihre Tasse Kaffee zu genießen. Prost darauf! Auf Kaffeepausen, bedeutungsvolle Gespräche und eine wohlverdiente Pause in unserem Tag. Prost! Mögen unsere Kaffeepausen voller anregender Diskussionen und Momente der Verbundenheit sein. Absolut! Lassen Sie uns die Kraft von Kaffeepausen nutzen, um Beziehungen zu pflegen und Kreativität anzuregen. Ich danke dir! Ihre Sicht auf den Wert von Kaffeepausen ist wirklich inspirierend. Ebenso! Lassen Sie uns weiterhin das Beste aus diesen Momenten machen und ein positives Arbeitsumfeld schaffen. Einverstanden! Auf viele weitere unterhaltsame Kaffeepausen und die Verbindungen, die Sie mit sich bringen. Lektion 17 – Fähigkeiten verfolgen Hallo Anna! Ratet mal was! Ich habe heute einen Polizisten gesehen und er hatte einen Polizeihund dabei. Hallo! Das ist faszinierend! Polizeihunde sind gut ausgebildet und verfügen über beeindruckende Ortungsfähigkeiten. Absolut! Der Offizier zeigte uns, wie der Hund Gerüche aufspüren und versteckte Objekte lokalisieren kann. Das ist unglaublich! Hunde haben einen außergewöhnlichen Geruchssinn, weshalb sie sich perfekt für Trackingaufgaben eignen. Es war wirklich beeindruckend, die Fähigkeiten des Hundes in Aktion zu erleben. Er folgte mühelos der Duftspur. Die Geruchssinne von Hunden sind viel stärker als unsere. Sie können Düfte erkennen, die für Menschen nicht wahrnehmbar sind. Es ist bemerkenswert, wie ihr Geruchssinn in verschiedenen Bereichen genutzt werden kann, einschließlich der Strafverfolgung. Ja, Polizeihunde spielen eine entscheidende Rolle bei der Suche nach vermissten Personen, der Entdeckung von Drogen und der Festnahme von Verdächtigen. Es ist erstaunlich, wie sie Düfte über große Entfernungen und in verschiedenen Terrens verfolgen können. Ihre Trackingfähigkeiten werden durch umfangreiche Schulungen und Erfahrung verbessert. Bemerkenswert ist auch die Verbundenheit zwischen einem Polizisten und seinem Hund. Sie arbeiten als Team zusammen. Absolut! Der Offizier verlässt sich auf das Fachwissen des Hundes und der Hund vertraut den Befehlen seines Hundeführers. Es ist eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Kommunikation und dem gemeinsamen Ziel der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit basiert. Polizeihunde sind nicht nur hochqualifiziert, sondern sie dienen auch als Trost und Kameradschaft für ihre Hundeführer. Ja, sie werden sowohl im Dienst als auch außerhalb des Dienstes zu einem festen Bestandteil des Offizierslebens. Es ist inspirierend zu sehen, wie Tiere zu wichtigen Aufgaben beitragen und einen Unterschied in der Gesellschaft bewirken können. Es erinnert an die vielfältigen Rollen, die Tiere spielen können, und an die Auswirkungen, die sie auf unser Leben haben können. Absolut! Ob Polizeihund oder Therapietier, Tiere bringen einzigartige Eigenschaften mit und bereichern unsere Welt. Das tun sie wirklich. Lassen sie uns die bemerkenswerten Fähigkeiten und Beiträge von Polizeihunden und den Beamten, die mit ihnen arbeiten, würdigen. Einverstanden! Auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Polizeihunden und die unerschütterliche Hingabe ihrer Hundeführer. Prost! Mögen wir die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier weiterhin wertschätzen und ihren immensen Beitrag anerkennen. Prost! Lasst uns die unglaublichen Ortungsfähigkeiten von Polizeihunden und die positiven Auswirkungen feiern, die sie auf unsere Gemeinden haben. Ich danke dir! Ihre Erkenntnisse über die Rolle von Polizeihunden sind wirklich aufschlussreich. Ebenso! Lassen sie uns weiterhin von den bemerkenswerten Fähigkeiten der Tiere lernen und ihre einzigartigen Eigenschaften schätzen. Absolut! Lassen sie uns die Lektionen, die sie uns beibringen, annehmen und danach streben, eine Welt zu schaffen, in der Tiere geschätzt und respektiert werden. Gut gesagt! Auf die bemerkenswerte Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, die unsere Welt zu einem besseren Ort macht. Hallo Anna! Wurdest du schon einmal unvorbereitet auf das Wetter erwischt? Hallo! Oh, auf jeden Fall! Es ist wichtig, sich entsprechend der Wettervorhersage angemessen zu kleiden und wichtige Dinge mitzunehmen. Absolut! Das Tragen geeigneter Kleidung kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, sich im Freien wohlzufühlen. Bei der Auswahl unserer Outfits ist es wichtig, Temperatur, Niederschlag und Wind zu berücksichtigen. Ja, es ermöglicht uns, Kleidung nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen, um unsere Körpertemperatur zu regulieren. Und vergessen Sie nicht, wie wichtig gutes Schuhwerk für unterschiedliche Wetterbedingungen ist. Absolut! Das Tragen geeigneter Schuhe gewährleistet Komfort und Sicherheit, insbesondere bei Regen- oder Schneewetter. Neben der Kleidung ist es auch wichtig, die richtigen Toilettenartikel für unterschiedliche Wettersituationen zu haben. Das ist wahr! Artikel wie Sonnencreme, Lippenbalsam und Feuchtigkeitscreme schützen unsere Haut vor Sonnenbrand oder Trockenheit. Und in den kälteren Monaten ist es wichtig, Lippenbalsam und Handcreme dabei zu haben, um Rissbildung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, auch die notwendigen Dokumente zur Hand zu haben, insbesondere auf Reisen. Absolut! Ausweise, Reisedokumente und Versicherungskarten sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Es ist eine gute Idee, digitale Kopien wichtiger Dokumente auch auf Ihrem Telefon zu speichern. Auf diese Weise können wir auch dann, wenn wir die physischen Kopien verlieren, bei Bedarf auf die Informationen zugreifen. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, bei unerwarteten Regenfällen einen Regenschirm oder eine Regenjacke dabei zu haben. Richtig! Auf Regen vorbereitet zu sein kann uns davor bewahren, durchnässt zu werden und uns unwohl zu fühlen. Es geht darum, proaktiv zu sein und die Wetterbedingungen bei der Planung unseres Tages zu berücksichtigen. Auf jeden Fall! Mit diesen einfachen Schritten können wir für ein komfortableres und angenehmeres Erlebnis im Freien sorgen. Und es geht nicht nur um Praktikabilität. Wenn wir uns dem Wetter entsprechend kleiden, fühlen wir uns auch selbstbewusster. Das ist wahr! Wenn wir uns wohl und vorbereitet fühlen, können wir unsere Aktivitäten in vollen Zügen genießen. Lassen Sie uns also immer die Wettervorhersage überprüfen und sicherstellen, dass wir die richtige Kleidung und das Mütigste haben. Absolut! Wetterfest zu sein, bereitet uns auf Erfolg vor und hilft uns, das Beste aus jeder Situation herauszuholen. Ich danke dir! Ihre Erkenntnisse zur Vorbereitung auf das Wetter sind wertvolle Erinnerungen. Ebenso! Lassen Sie uns weiterhin unserem Komfort und Wohlbefinden Priorität einräumen, indem wir uns dem Wetter entsprechend kleiden. Absolut! Seien wir proaktiv und stellen wir sicher, dass wir auf alles vorbereitet sind, was Mutter Natur bereit hält. Gut gesagt! Es geht darum, wetterfest zu sein und jeden Tag mit Zuversicht und Vorbereitung zu genießen. Lektion 19 – Der Aufstieg serialiierter Romane Hallo Anna! Wussten Sie, dass Charles Dickens anfing, serialiierte Romane für Zeitungen zu schreiben? Hallo! Ja, Dickens war einer der Pioniere der Veröffentlichung von Romanen in Raten. Es ist faszinierend, wie er in jeder Zeitungsausgabe ein neues Kapitel oder einen neuen Abschnitt der Geschichte veröffentlicht. Absolut! Es ermöglichte den Lesern, die Erzählung im Laufe der Zeit zu verfolgen und weckte Vorfreude auf den nächsten Teil. Ich kann mir die Begeisterung der Leser vorstellen, die sehnsüchtig auf die nächste Ausgabe warten, um die Geschichte fortzusetzen. Serialiierte Romane machten Literatur auch einem breiteren Publikum zugänglicher, da Zeitungen weit verbreitet waren. Das ist wahr! Es brachte Romane zu Leuten, die vielleicht keinen Zugang zu Büchern in voller Länge hatten. Und das Format ermutigte die Leser, die Geschichte zu diskutieren und darüber zu spekulieren, was als nächstes passieren würde. Es muss lebhafte Gespräche und Debatten unter den Lesern ausgelöst haben. Auf jeden Fall! Serialiierte Romane schufen ein Gefühl von Gemeinschaft und Engagement unter den Lesern. Ich kann mir vorstellen, dass sich Leute versammeln, um über die neuesten Wendungen der Handlung zu diskutieren und über das Schicksal der Charaktere zu spekulieren. Es ist erstaunlich, wie Dickens die Kunst beherrschte, fesselnde Geschichten zu verfassen, die die Leser fesselten. Seine lebendigen Charaktere und komplizierten Handlungen fesselten das Publikum und machten Lust auf mehr. Das Serialisierungsformat ermöglichte es Dickens auch, auf das Feedback der Leser zu reagieren und die Geschichte entsprechend anzupassen. Das ist ein interessanter Aspekt. Er könnte die Erzählung auf der Grundlage der Reaktionen und Erwartungen der Leser gestalten. Es war eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen dem Autor und den Lesern, die die Geschichte in ihrem Verlauf prägte. Ich frage mich, wie anders es gewesen sein muss, einen Roman in Raten zu erleben, als ihn als komplettes Buch zu lesen. Es sorgte definitiv für eine zusätzliche Spannung und Aufregung, da die Leser auf den nächsten Teil warten mussten, um die Reise fortzusetzen. Und es ist erstaunlich, dass dieses Format, das in der Vergangenheit entstanden ist, das Geschichtenerzählen auch heute noch beeinflusst. Absolut! Das Serialierte Geschichtenerzählen hat sich mit der Technologie weiterentwickelt und sich an Formate wie Fernsehserien und Webisoden angepasst. Es zeigt die anhaltende Kraft des Geschichtenerzählens und die Art und Weise, wie es unsere Fantasie anregen kann. In der Tat. Dickens Serialierte Romane waren ein Beweis für sein Genie im Geschichtenerzählen und seine Fähigkeit, mit Lesern in Kontakt zu treten. Ich danke dir. Ihre Erkenntnisse über Serialierte Romane und Dickens Wirkung regen zum Nachdenken an. Ebenso. Lassen Sie uns weiterhin die verschiedenen Arten untersuchen, wie Geschichten erzählt und geteilt werden. Absolut! Lasst uns die reiche Tradition des Geschichtenerzählens und seine Fähigkeit feiern, uns zu fesseln und zu vereinen. Gut gesagt! Auf das bleibende Erbe serieller Romane und die Magie des Geschichtenerzählens in all seinen Formen.